diese vielen bücher befinden sich in den räumen der agentur graf und graf und die personen die wir gleich sehen heißt zufällig auch graf das ist karin graf meine literatur agentin was für mich eine große ehre ist und eine noch größere ehre ist dass sie jetzt hier sieben zeilen aus meinem buch vorlesen wird ich bin gespannt und los geht also die schablone gerade hinlegen aber denn zukünftiges selbst bevor man doch entschuldigung aber der zukünftige selbst bevor man ist du doch eh die ganze zeit gab maria zurück berufswahl partnerwahl wohnortwahl familiengründung im grunde zeigst du deinem zukünftigen ich andauernd den mittelfinger denn zukünftiges ich wird sagen oh gott ich habe jahre meines lebens mit maria verplempert wie konnte ich nur mein problem liegt ganz woanders hatte moses gesagt ich würde mich mit einem tattoo verpflichtet fühlen den dazugehörigen körper enden vielen dank